aufzunehmend zur runde 2 so angerief angerief hier angerief angerief hier aber warum immer lightning mann ne ganz sicher nicht die verreckt mir hier nicht vergiss es soll jetzt wieder zum angriff hier zack 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 damit du ja zu deinem schockzustand kommst ich glaube ich muss schnell zum heiler weg genau für haupt für haupt für haupt und jetzt wieder angreifen keine angst ich hab dich nicht vergessen zack 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 never lang wer 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 war shit nicht verrecken hoch nicht verrecken so und jetzt schnell und zack 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 jawohl jetzt machen wir ihn kaputt hier damit er kassiert die hälfte ist fast weg alles klar oh shit ist er jetzt da oder er hat noch live übrig gut das reicht jetzt schnell wieder angreifen sein zustand hier müssen wir ausnutzen come on come on jawohl der ist gleich down jawohl noch geschafft ja das war klar aber trotzdem noch geschafft ich glaube jetzt kommt wieder was so schnell sagen Fang! Ich habe noch Zeit. Fang! Es ist... Es ist etwas, ich muss dich sagen. Ich kann mich nicht so interessieren. Wir sprechen später. Was ist falsch? Oh. Nichts. Nichts. Also, was ist auf der Ebene? Todd spielen das Sanctum? Nein. Ich meine, wirklich. Er ist ehrlich. Wir nehmen das Sanctum und bringen Kukun zurück zu den Menschen. Die Falsi haben die Schreie für lange genug gelegt. Wenn wir das hier ausziehen, wird es ein Miracum. Na gut, Frau Lutz nicht draußen. W-W-W-W-W-W-W-W? W-W-W-W-W-W? Wir sind sehr alt. Schönte das! Ein Miracum. Wenn� вышie war! Wah! Das ist eine gute Frau. 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 Das heißt, ich gehe mal stattdessen. We will dem